Geil! Mal leiser, sehr. Mensch, ich bin mal ganz gezwungen. Ich kann es nicht sehen, aber ich hoffe mal, dass es aufnimmt. Machen Musik mal leiser. Sehr, sehr laut. So, man kann das in Flat und in VR spielen. Ich hatte das damals versucht schon zu spielen, aber es hat nur geruckelt mit der Grafikkarte und mit der läuft es echt sehr geil. Freue ich mich drauf und man kann sich normal drehen. So, das gute Game heißt Tempus und wir starten das mal und ich bin mal gespannt. Pupp, tolles Spiel. Cool. Alter, 2020. Okay, was muss ich denn jetzt hier machen? Okay. 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 Ah, man kann die Sachen auch nehmen. Kaputt mal. Pupp. Also man kann sich nicht schneller drehen, aber ich glaube, das ist sowieso egal in dem Spiel. Oder kann ich hier rennen? Ne, ich kann. Ach, ich kann mich immer wieder so... Ah, okay. Und was ist das hier? Okay. Wollt noch mal gucken. Was ist das denn hier? Die Musik ist so leise. Kann ich hier umschalten? Erst mal gucken, welche... Die Musik nicht mehr. Hallo? Okay. Jetzt habe ich wieder Sound. Der war irgendwie weg. Ich weiß nicht mehr rum. Die Musik ist komplett aus. Vielleicht weiß ich es nicht. Oh, ich bin erschrocken. Was ist das denn? Oh, ich bin erschrocken, Leute. Ohne Scheiß. Hallo? Okay, wer ist er? Wer bist du? Oh! Was war das denn? Oh, mein Herz. Was ist das denn hier? Lief? Nehmen? Was soll ich damit machen? Grün-Rot. Ist gleich. Oh Gott. Man muss das dagegen machen. Grün ist gleich. Ah, hier ist noch irgendwas. Ich nehme das mal auf. Das hier macht vielleicht. Ah, okay. Bevor ich da reingehe, muss ich aber noch mal kurz hier umgucken. Boah, ich habe mich so erschrocken. Wahnsinn. Schon cool gemacht. Ich will noch mal vorne gucken. Ich weiß, es nervt, aber ich habe nur einen Monitor und ich muss immer hin und her switchen mit OBS. Weil das wäre ärgerlich, wenn er das nicht aufnimmt. Weil das scheint echt gut zu sein. Moment. Bis zum nächsten Mal. Also das finde ich schon mal gut, dass er pausiert, dass man gucken kann, boah, ey, das sieht nicht mega gut aus, aber das hat was, das hat sowas, wir gehen jetzt mal hier rein. Also die Soundcullis ist auch sehr gut, wir sind jetzt hier raus, es leckt ein bisschen, warum auch immer, okay, wir gehen mal weiter. Okay, unser Haus ist nicht mehr da, wie es vorher war, sieht beeindruckend aus, ich hatte das in Flat mal ganz kurz gestartet, um rein zu gucken, da habe ich auch schon gedacht, cool, in Flat sieht es ja richtig geil aus, also vom Style her meine ich jetzt, und was muss ich jetzt hier machen, vielleicht hier hoch, guck mal. Ist das überhaupt ein Berg? Ich versuche mal, ich weiß auch nicht wie man hier rennt, ne, kann man nicht hoch. Ah, wenn ihr das gedrückt haltet, könnt ihr rennen. Okay, warte mal hier hinten. Warte mal hier hinten. Ist das vielleicht irgendwas? Nein, auch nicht. Wenn ihr Trigger oben links gedrückt haltet, dann könnt ihr hier rennen. Aber wo muss ich denn hier hin? Hier hinter vielleicht? Hallo? Hier irgendwie, da waren wir auch schon gewesen. Ah, hier. Ah, alles klar. Okay, verstanden. Cool. Was ist die Zuckerwatte hier oben? Ich war mal ein bisschen leiser, ich habe irgendwie das Gefühl, dass es so laut ist. Huch. Hey, fortsetzen. Ja, okay. Geh mal hier rein. Kann ich überhaupt hier rein? Hm, okay, geht nicht. Gucken, wenn wir was da hinten... Ich geh mich erstmal hier ein bisschen umgucken, ne. Bevor wir irgendwas anders machen, kann ich hier hinter gehen. Okay, aber da ist nix. Da ist die Zuckerwatte hier oben, wie die... Ach, wie heißt der Film noch? Dieser mit den orangen Vieh da, der immer diese Wolle da aufgefangen hat. Boah, wie ist das denn? Irgendwas mit F, glaube ich. Erinnert mich so ein bisschen daran. Ah, schon cool. Schon cool, Leute. Muss ich hier machen? Was sind Sachen? Scheiße. Ist das so? Darf ich da überhaupt rein? Äh, ja, aber da habe ich, okay. Mir steht irgendwas. Sind die Gebäude oder was? Aber zu welchem Gebäude muss ich denn jetzt? Ich geh mal hier oben zum Turm. Oder was auch immer das ist. So ein... Turm halt. Aber ich bin froh, dass man rennen kann. Und wir hätten jetzt so langsam laufen müssen. Weil ich dann auch keinen Bock. Kann man hier hüpfen? Kann man sonst irgendwas? Ne. Hat man ein Inventar? Auch nicht. Ne, auch nicht. Ich renne erstmal hier hin, um zu gucken, okay? Cool. Ich überlege, wie lange ich das schon habe, das Spiel. Ne? Ich habe das echt schon lange. Und habe das damals in VR mit der RTX 2070 Super ausprobiert. Boah, das hat geruckelt wie soll. Dann habe ich es mit der 2080 Ti ausprobiert. Hat auch geruckelt. Aber die haben auch ein paar Sachen gepatcht. Habe ich gesehen. Und ich habe das Spiel, glaube ich, seit 21 oder 22. Und es läuft perfekt. In VR... Da steht schon wieder einer. Warum bist du da? Was ist los mit dir? Wehe, du machst wieder Krach. Darf ich das haben, bitte? Ich habe Angst. Geh weg. Ach, das ist eine Frau. Du bist eine Frau? Echt? Komm her, Baby. Gut, wir gehen mal weiter. Ah, ihr braucht dann... Okay. Ah, wir brauchen noch eins. Scheiße. Okay, wo kriegen wir das her? Vielleicht gehen ja auch doch zwei? Ne. Okay, da geht es auf. Hier auf dem Boden. Aber... Die scheint leer zu sein. Oder? Ne. Yeah. Geil. Dann könnt ihr... mit dem Fahrstuhl fahren. Denke ich mal. Cool. Okay. Einmal nach oben, bitte. Sehr cool. Tschööö. So... So... Was war hier das jetzt, gerade für Geräusch? Okay, ich geh mal weiter. Man kann nicht hier so rüber, wenn man rüber geht, wird es schwarz. Jetzt geht's. Da ist auch noch irgendwas. Und einmal hier und einmal da. Da müssen wir vielleicht nachher hin, hoffe ich mal. Ich hoffe mal nicht, sieht so groß aus. Oh, da ist wieder dieses ... Ist das meine Frau, Ex-Frau? Ich weiß es nicht. Wartet mal. Das muss ich machen, Hase. Kann ich nicht agieren, okay. Gucken wir mal, ob ich hier irgendwo agieren kann. Ist hier irgendwas? Ne. Hier? Ah, warte mal. Hier ist irgendwas. Okay, passiert nichts. Vielleicht denn doch hier rein? Bye-bye. Ist das cool. Ich muss kurz was trinken. Nein! Schnell raus. Gott, was ist das? Okay. Das muss ich ja nicht machen. Oh Gott, hier ist sowas mit Zahlen. Eins. Fünf. Ach du Scheiße. Hä? Eins. Oh Gott, das check ich niemals. Geht denn hier auch irgendwas dran? Ah, hier oben. Eins. Eins. Eins minus C. Eins. Minus C. Habe ich ja gerade eine Hand gehabt. Schrägstrich. Und drei. Zwei. Drei P. Wartet mal. Gehe ich denn damit eventuell hier hin? Ach, hier oben sind... Ach du Scheiße. Gott, wie soll ich denn wissen, was was ist? Ich gucke nur, wie viele Dinger hier sind. Gibt es hier irgendwie einen Tipp oder so? Ich guck mal kurz. Eieieieiei. Gehe ich doch im Leben nicht raus. Ich denke, warte mal. Ah, ich habe es glaube ich verstanden. Ich glaube ich habe es gecheckt. Ich glaube ich habe es gecheckt. Also dieses J ist denke ich mal die... Also hier habt ihr 1, 2, 3. Ne, gibt es ja hier. Und X5 ist dann nach rechts mal 5, denke ich mal. Also zweite Reihe und dann die 5. 1, 2, 3, 4, 5. Also das ist doch richtig. Gut. Also hoffe ich mal. So, den anderen 0, 5 auf 1. Also hier den... Hä? Jetzt bin ich verwirrt. Ach, idiot. Ich habe die einzige 2, minus 0. 2, minus 0. Das wäre der. Der kommt dann... zur... 4, ne? Oder? Der kommt... Moment. Der kommt dahin. Und dann Erste... Oh nein, woher der beschlägt, ey! Erste Reihe. Und dann die 7. Erste Reihe. Und dann die 7. Erste Reihe. Erste Reihe. Oh nein. Erste Reihe. 6, 7, könnte hier richtig sein. Vielleicht. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Könnte, könnte richtig sein. Können wir noch mal gucken. Oh, meine Brille beschlägt einen Moment. Ich warte auf die Antwort vom Entwickler und warte auf den Kiesch von den ganzen Tag und ich krieg ihn einfach nicht. Könnte kotzen. So, weiter geht's. Dann 3P muss zu da hin und dann J3. Kuch. P. 1, 2, 3. Ich weiß jetzt nicht. 1, 2, 3. Fängt man von oben da unten oder von oben? Ich hab schon wieder vergessen. Ich muss noch mal kurz gucken. 3. Ah, also. 3. Also dritte Etage und dann X4. 1, 2, 3, 4. Denk ich mal. 4. Okay. Der letzte kommt dann da hin. J2, X10. Zack. J2, 2, 4, 6, 8, 10. Gucken wir, ob das die Lösung war. Ne. Okay, das war falsch. Oh, meine Brille. Ich raste aus. Ich biete nie im Sommer. Ja. Was machen wir denn jetzt? Ach, der ändert sich dann wieder oder was? Okay. Okay. Der ist richtig. wieder alles durcheinander hier. I, 3, 3, X4. Jetzt ist nur irgendeiner falsch. Dann ist da. Ist der auf die 4? Oder? Ne, der ist sowieso komplett. Die sind alle komplett falsch. Ich guck mal in den anderen Gebäude. Also ich check das irgendwie nicht. noch weiter runter. Geht nicht. Das ist ein Rätselspiel. Oh Gott, hätte ich das gewusst, ey. Ich dachte, man kann sich hier schon eine Landschaft angucken. Aber nein. Ist das ein Rätselspiel. Ist ja wieder was denn für guten Thomas. Der wird sich das bestimmt holen. Der hat das nämlich, glaube ich, nicht auf dem Schirm. Hm. Werde ich jetzt hier ziemlich verkacken, Leute. So leid es mir tut. Äh, dann gehen wir jetzt mal runter wieder. Tschöööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö Jetzt holt mal eine Quest rum, ich soll Licht anmachen, weil die Lichtsektoren... Ach, hab doch Licht an hier, was denn los ist mit dir? So, wir gehen jetzt mal hier hoch und gucken, ob wir da auch eine Regel lösen können. Scheiße ey, du ärgert mich ein bisschen. Ist doof erklärt, du weißt ja nicht, ob die obere und untere Reihe, ob oben die 1 ist oder unten die 2. Ist natürlich dann so ein bisschen doof, aber wir gucken hier mal, ob wir hier irgendwas reißen können. Ansonsten müssen wir jetzt zurück in den Turm und hoffen, dass wir das irgendwie hinkriegen. Das leckt es ein bisschen. Okay, da ist ein Treffer, habe ich gesehen. Geht trotzdem mal durch die Vordertür, ob es jetzt überhaupt geht. Was ist das denn hier? Ja, eine VR-Brille! Oh, sehr geil! Cool, ich könnte langtapsen. Okay, dann machen wir das. Taps, taps, taps! Okay, wir gehen erstmal hier. Taps, taps, taps. Taps, ein bisschen an, ja! Das grün auf jeden Fall, das ist gut! Gehen wir... Ich vermute mal, dass ich den Weg auch zur... Das ist jetzt grün geblieben, ja! und dann sind wir es noch grün ich komme ob wir hier auch lang gehen können und wie weit wir lang gehen können hier oder was ist auch irgendwas zu bestätigen glaube ich grün und dann hier lang gehen wir hier mal lang tapseln ist das durch das gras voll schlecht hier hier also ich hoffe dass es die lösung ist weiß es nicht dann hier dann hier du scheiße das ist noch etwas zum betätigen oder was auch immer es hat sich eine tür geöffnet hallo cool es geht hier es geht hier ab ins hut das da oben das nervt mich also ich denke nicht dass wir das hinkriegen weil ich nicht weiß ob oben also ich gerade schon sagte oben die 1 oder unten die 1 da sind ja stößchen gehen wir hoch was hier ist hallo ich sehe es ist so schlecht ich muss mir irgendwas aufstellen was in der größe ist vermute ich mal weiß es nicht das ist viereckig reingebackt das ist viereckig das würde nirgendwo hinpassen was das eigentlich hier für ein teil ich habe mir jetzt wüsste was man hier machen muss nämlich die frage ist das hier das war es nicht das muss ja auch irgendwas von hier so waren diese mal diese kälte wir sind zu groß oder noch zwei kleine das wird grün moment jetzt das grün okay ich mache die alten oma an wüsste was der von mir will ich weiß es nicht also ich gehe mal davon aus dass ich was hier drauf stellen muss was in der größe ist oder so und dann hier die pfanne vielleicht hey lass los die pfanne ist weg scheiße die ist weggebackt ich verstehe es nicht tja leute ich komme nicht rein da und kann mich total reinbacken was man draufklickt dann hält man die an kann ich die nicht nehmen muss ich hier wachen ah warte mal ok ich habe es glaube ich auf jeden fall ah die tür ist rei- ah cool ich bin weiter yeah ich freue mich ohne scheiß ist hier irgendwas kleider kann ich das hier aufmachen nein cool hier ist auch nichts hier ist ein computer ist hier irgendwas fernsehen ist an ok das ist die pfärmelinung ich bin schon wieder hier in dieser umrandung wartet mal kurz so jetzt vielleicht hoch hallo ist das hier alles was grün ist nehme ich erstmal ach ich komme doch hier rüber aber was ist das ich bin hier gerade irgendwie fest keine ahnung warum ok leute das ist echt heftig wir haben ja das ding Kann man hier unten irgendwas aktivieren? Nein. Hier ist irgendein Weg oder so. Guck, wenn ihr hier geht, geht nicht. Ah, wartet mal. Ich habe eine Idee. Ich versuche mich jetzt mal durchzuwurschteln. Kommt hier nicht rein, müsst ihr denn irgendwie weiterkommen. Also nehmen wir das jetzt in die Hand. So, wenn wir von da gehen, können wir bis, also bis hier nicht, aber ab hier gehen. Wird ja wohl irgendwie möglich sein, hier den verkackten Weg lang zu gehen. Hier nicht. Dann hier. Ja, ja, ich freue mich. Cool. Ist nix. Cool. Ja, ist geil gemacht. Ist glaube ich auch nicht so teuer. Ja, ich glaube, 6, 7, 8 Euro oder so kostet das. Okay, was ist das jetzt hier? For you. Kann ich nirgends für hier hinstellen. Ich gucke, ob ich das hier irgendwo hinstellen kann. Ich weiß es nämlich gerade selber nicht. Hä? Was ist dunkel hier drin? Ist egal, nix, Leute. Oh, hier ist mega dunkel. Ich seh nix. Oh, hier war irgendwas. Wie komme ich denn wieder hier hoch? Ah, hier. Und dann? Oder kann man hier den Boden leuchten? Ne. Gucken wir mal, ob ich hier oben irgendwie... Da sind so drei Löcher. Ach, da geht's auch noch weiter. Versuch mal nicht, dass ich wieder hier irgendwo reinfalle. Hier ist auch nix. Ich verstehe gerade nicht, was ich hier machen soll. Das hier überhaupt... Keine Ahnung, muss ich das trinken? Oder aufmachen oder so? Ne. Hm, keine Ahnung. Ich gucke mal irgendwas. Easy peasy, Leute. Was ist denn los? Hör mal. Hier haben wir nix. Was ist das denn hier? Ich weiß nicht, was das ist, Leute. Ich weiß es nicht. Ich muss hier irgendwo hinstellen. Warte mal. Das ist die Teekanne. Und jetzt? Okay. Okay. Muss man vielleicht nicht alle Rätsel machen? Kann natürlich sein, dass man nicht alle Rätsel schaffen muss, vielleicht. Ich geh nochmal kurz hier rein. Aber hier waren wir doch schon, oder nicht? Muss das vielleicht in den Brunnen hinten rein? Da war nämlich irgendwas, glaube ich, zum einen. Ich glaube, das kommt unten in den Brunnen. Ich meine, das kommt in den Brunnen. Wir gucken mal. Brunnen, wo bist du gewesen? Hier irgendwo, ne? So, so, so. Das war nicht die Lösung. Sie hat mich ja hier rausgelassen. Also hier. Oh. Also muss das ja irgendwas damit zu tun haben? Vom Haus, oder was? Oder wie? Oder wo? Wir gehen nochmal hoch. Vielleicht irgendwas übersehen haben, oder so? Also hier ist nix. Hier auch nicht. Und da waren wir bei der anderen Seite. Muss noch mal gucken. Ich weiß es gerade nicht. Was irgendwo einsetzen müssen, oder so? Hier ist auch nix. Hier war ja auch nix, ne? Ich habe auf jeden Fall dieses Ding in der Hand. Für was auch immer das ist. Und ich kann hier nochmal langlaufen. Guckt mal. Ohne, dass ich Theater habe. Muss ich ihr das geben, oder was? Hier, für dich. Hm. Auch nicht. Ist hier mittlerweile Licht an? Nee, ne? Hm. Ah, warte mal hier unten. Da war auch nix, ne? Ich muss noch mal kurz gucken. Ich weiß es gerade nicht. Okay. Das hatten wir aufgemacht, ne? Und hatten dann gedrückt, ne? Hier. Oder müssen wir jetzt zum nächsten Rätsel? Oder was? Oder was? Ach, da unten. Okay. Komme ich hier irgendwie ganz schnell runter? Nee, er ist auf den ganzen Weg zurückgelatschen. Scheiße. Okay, dann ist das so. Gut. Huh. 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 Noch einen drunter, ne? Oder? Äh, ja. Ich glaube, wir müssen zum Boot, was das da ist. Okay. Also vielleicht müssen wir da hin. Ich weiß es nicht. Sieht aus, irgendwie wie eine Batterie oder sowas. Von mir rutscht das hier laufen aus der Hand, weil mir so warm ist. Da war ja ein Boot. Das wusste ich gar nicht, dass da ein Boot war, hörbar. Das rutscht mir schon wieder aus der Hand. Ich muss das mal kurz weglegen. Oh, meine Hände, ey. Sehr cool gemacht. Aber das eine Rätsel oben, das habe ich echt überhaupt nicht verstanden. So, wo war denn jetzt hier das Boot? Irgendwo habe ich es doch gesehen. Oder war das andere Seite? Nee, da hinten ist es doch. Ich gehe jetzt einfach mal hier so lang. Ach, da ist noch ein Gebäude. Okay. Ach du Scheiße. Hier ist ja noch eins. Und für was ist das? Ja, I don't know. Ich gehe erst mal zum Boot. Und dann gehe ich hier rein, okay? Warte mal, etwas Grunes geleuchtet. Okay, das komische Ding, was auch immer das ist. Hallo? Da ist irgendwas rot, sehe ich gerade. Oder? Nee. Da ist was Grün. Ach, hier kann ich mit dem Fahrstuhl fahren. Ich gehe erst mal zum Boot. Nicht irgendwo reinpacken? Nee, ne? Bist. Vielleicht kommen wir zum nächsten Level oder sowas. Hobby mal. Hallo, kommst du hier? Ah, okay, geht's nicht weiter, außer dass wir ins Wasser fallen. Okay. Also müssen wir irgendwas hier machen? Oder was? Oder was? Ich gehe mal erst mal hoch. Guck, ob hier irgendwas ist zum Einsetzen. Auch nicht. Auch nicht. Hm. Auch nicht. Das muss ja irgendwo reingehören. Sonst hätte ich das ja nicht bekommen. Ich hätte mir gewünscht, dass es ein bisschen schneller dreht. Aber na gut. Ich will da nicht so viel verlangen vom Spiel. Guck. Einmal bitte hoch. Danke. Danke. War das die Lösung? Ich habe keinen Plan. Kann ich auch außen gehen? Ja, ne? Uah. Ich dachte, ich fall hier durch. Geh, du machst was mit mir. Und dann? Ah, okay. Da, 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 da. Ist hier was zum Einsetzen? Vom Hundedongel. Ich guck mal. Sag mir, was ich machen soll. Ich heiß, äh, ich weiß es einfach nicht. Ich will sterben. Nein. Ja, du weißt mich jetzt umsonst wo, oder was? Oh, ich riste aus. Wo kommt das denn hier hin? Verdammt. Ah, hier ist ein... Button. Okay. Tschö. Ich hoffe, das war richtig. Okay. Oh, ist das dunkel hier drin? Heute ist egal, nix. Wo muss ich hier hin? Ich scheck nicht, was ich hier machen muss. Ich muss drücken. Hm, hm. Okay. Yeah, wir sind irgendwo hingeflopft. Ha, 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 fahren. Oh, ich hab mich erschrocken. Ich hab mich erschrocken, Leute. Hier? Oh Gott. Das hier? Nee. 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 Also, da geht's nicht um das Rätsel. Schade. Also, da funktioniert das nicht. Ich geh mal weiter. Gibt's hier noch so? Was ist denn hier? Wär mir die dumm, glaube ich, ne? Hm. So, da geht's nicht. Hier ist auch nix zum bestätigen. Okay, wir müssen das hier drin, ne? Bestätigen, sonst kommen wir nicht weiter. Wo war's noch hier, ne? Okay. Was damit ist, ich weiß es nicht. So, nochmal anhören. Was soll ich mir das denn merken, ey? Also, das war ja einmal... Nein, das war's nicht. Da, ich hab's, glaube ich. Oh. Wer macht das nicht so... ... wie ich das will? Ja, gut, wir müssten uns das gut merken, aber am besten wär irgendwie so Notengeschichte, dass man... Da brauch ich ja ewig für. Boah, ist das euer Ernst? Kann ich irgendwie speichern? Naja, das speichert, glaube ich, automatisch, ne? Ich würde dann hier einen Cut machen, Leute, weil ich komm oben im Turm nicht weiter. Ich müsste hier beim Lied weitermachen. Ihr könnt aber gerne das selber ausprobieren. Wie gesagt, ich hab euch das gezeigt. Ist echt cool, ne? Das muss man sagen. Ein Rätsel sind einfach, die anderen kannst du ein bisschen rumschieben, filmen, was du rückst da. Aber ich glaub, das war Zufall. Ähm. Man muss das schon irgendwie checken, so, mehr oder weniger, ne? Also, ich find's wirklich okay, ne? Für das Geld, weil ihr könnt das in Flats spielen und in VR. Ja, das ist schon cool. Ähm. Kostet zwischen 10 Euro. Ich weiß es nicht mehr, was ich damals bezahlt hab. Ich hab mir das, glaub ich, im Angebot geholt. Irgendwie bei... Ich weiß es wirklich nicht mehr. Das ist einfach zu lange her. Und es funktioniert wirklich ganz gut, bis auf hier die Geschichte. Ne? Da geht der Sheet leider nicht. Na gut. Gute Lieben, verabschiede mich. Danke fürs Zugucken. Und bis dann... Euer Hund und Ungewirr. Hier erschreckt man sich auch so ein bisschen. Also, es sieht schon gruselig aus. Gibt's nicht irgendwie Tipps oder so hier? Dann... Die vielleicht doch noch ein bisschen weiterspielen. Aber es gibt nichts. Außer ein Kopftopf. Äh, Topfkopf. Äh, ein Koftopf. Kann man sich nicht irgendwie hier Tipps holen? Äh, das wär ja auf jeden Fall cool. Oh, dass der Beamer geht. Nein, der geht einfach nicht. Na gut, jetzt bin ich ruhig weg. Bis dann. Ciao. Warte mal, hier oben ist ein Zettel. Da muss ich noch gucken. Da muss ich noch gucken. Hör mal. Kann ich nicht irgendwie... Kann ich ein bisschen höher machen? Okay. Also, ihr müsst das Rätsel machen, damit ihr weiterkommt. Gut, dann ist das so. Aber nicht heute mehr. Ciao. 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 Ciao.